hallo und herzlich willkommen guten abend gute nacht wann auch immer du dir das video anschaust ja ich habe mal ein bisschen geschnüffelt in dem kirchhoff eq und natürlich auch auch wenn noch beta einen fetten bug gefunden der mir halt so wirklich gar nicht gefällt wer ein bisschen ahnung von dithering hat der könnte analogien hier zu finden für mich klingt das so ich weiß aber nicht ob das also weil ich bin ich habe das nicht gemacht und kann natürlich jetzt auch nicht sagen was da im hintergrund passiert welche algorithmen da total verkackt war so richtig heftig und ja wir hören einfach mal rein und du kannst dir selber eine meinung bilden dazu als alternative würde ich dir wirklich empfehlen von den worrell what the fuck is this ring anzuschauen denn also das klingt halt eins zu eins same but anyways wir schlüpbern da jetzt einfach mal rein und hören uns das ding an und du kannst ja dann später noch sagen was du also in die ballers in die kommentare oder was weiß ich vergesst das follow nicht sonst weiß ich nicht mach ich halt nix musst du wissen so weißt du bescheid jetzt kommt besagte stelle einmal achtung achtet bitte auf den tail vom verb ja für mich geklingt das nach völligem zusammenbruch beziehungsweise dass da irgendwo an irgendeiner stelle ein down sample passiert in sachen bitrate ob das jetzt so ist oder ob das einfach jetzt nur ein algorithmus fehler ist und der mit dem reverb nicht klar kommt aber also da muss schon was ganz gravierend kaputt sein denn ja sowas sollte ein eq nicht machen aber falls du natürlich jetzt schon bedenken hast und sagst ja ist halt nicht linear was willst du überhaupt können wir auch machen ist gar kein problem allerdings bedenken das ist natürlich jetzt auf extrem eingestellt also das ist latenz sein vater anyways wir hören uns das ganze mal an und ja ich spiele es nur kurz an jetzt also wir müssen jetzt nicht die kompletten zwei bar durch aber ja dann es geht ja auch nur um den tail des verbs ja ist halt weg ne also so soll das nicht sein ganz sicher nicht und damit man das jetzt ist ja auch nur um den tail des verbs jetzt mal in den vergleich bringen schalte ich jetzt mal beide kirchhoffs einfach aus kann man ja machen ist ja kein thema also schließe ich den alia 11 mal und wir gehen mal hin und schalten wie gesagt beide kirchhoffs einfach aus auf der spur ist er jetzt schon weg hier natürlich auch noch das muss natürlich mit der boli und wieder mit der ludnis ein bisschen aufpassen sonst fliegen uns gleiche deckel weg aber probleme der sache ist jetzt wie jetzt schon gemerkt habe das ansprechverhalten hat sich komplett geändert und ich könnte wetten er glitscht auch einfach weg so bedeutet selbst a b also quasi plugin aus sorgt nicht zum löschen des fehlers bedeutet wohl ihr müsst hingehen das ganze ding komplett wegballern und erst dann das wäre jetzt natürlich premium und erst dann funktioniert das wieder also mal zum vergleich wie lange der reverb steht ne also ich denke das könnte ein heftiges problem sein auf jeden fall für all diejenigen die sich denken ey digger das teil rock das gefällt mir das auf jeden fall günstiger jetzt in der subscription wie fabfilter benutzt das sehr sehr vorsichtig ne und weiß ich nicht keine ahnung schaut bei dingens kirchen vorbei hier bei thomann da gibt es zeitweise ganz oft den klaro ist jetzt keine werbung für sonox ne das muss man jetzt sagen bin ich jetzt auch kein fan von von so einem crom aber ja es ist natürlich heftig weil so ein equalizer soll natürlich dinge tun die also das soll genau das tun was ich will und nicht dinge die ich nicht will und wenn da sachen hinzugefügt werden und das noch schlimmer verbs zerbricht dann ist es natürlich heftig und da bringt ja auch kein discering weil im endeffekt ist der sound ja der geht ja komplett also der wird ja komplett zerraubt das heißt basis scheiße also endresultat ist das muss kacke sein ja ok das war es schon von meiner seite aus wie gesagt lassen abo follow oder was weiß ich was da und wenn nicht ist mir auch eigentlich echt egal ich mache das ja weil es mir spaß macht und ok tschüss 10 12 13 14 15